Das ist ein künftiges Kranksystem. Deswegen war ich ja im Arsch. So, ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Warum habe ich die... Warum sind die Fähigkeiten von Bill eigentlich direkt Lila bei mir? Keine Ahnung. Weil er Fristisch 3 ist. Du hast doch Bill auf 3, hast du gesagt. Ja. Ja. Alle entdeckten wir. Ja, dann sind sie, wenn du den auf Stufe 3 hast, dann werden alle drei Charaktere für die drei Perks auf Lila freigeschaltet für alle Charaktere. Ich weiß nicht, ob sie direkt auf Lila sind im Flugnetz, aber die werden auf Lila fast freigeschaltet. Ja, meine Talente von Michaela sind auch direkt auf Lila. Für andere. Ja, das ist aber echt krass, finde ich. Man wird... Wer ist ein Fengmin gewesen? Die Technikerin, die Kleine. Genau die. Ja, komm. Bei der mache ich jetzt nichts im Flugnetz, weil... Da habe ich nur einen Auftrag, ich muss dreimal Leute vom Haken retten. Ja. Die schlimmsten Prüfungen, die ich heute noch machen muss, sind... Ritus des Nemesis, erreiche mit Nemesis die höchste Mutationsrate, wobei das einfach geht mit seinen Zombies. Mhm. Und das andere ist, schließe zwei Opferungen mit der Clown ab. Ich hasse den Clown. Nutzer hat Krankenschwester, die Teleportation um vier Überlebenden anzugreifen, trifft mit den Jährigeren ein Überlebenden viermal mit einem Ballwurf. Füge Athletischen, vier Überlebenden den Status Affekt, tiefe Wunde zu. Wo sehe ich das denn? Unten bei der Kerze, unten links. Wo die Kerze einfach gehen. Fange drei Überlebende mit Bären fallen, werde als Eisbiss Conti insgesamt 120 Sekunden lang vom Killer gejagt, erreiche mit Nemesis einmal die höchste Mutationsrate. Das ist einfach. Also mitnimm die höchste Mutationsrate, das ist einfach. Führe insgesamt 180 Sekunden lang kooperative Aktionen aus. So. Okay. Okay. Oh, okay. Was mein'n die mit kooperative Aktionen? Generatoren, heilen, aufheben, sonstiges. Achso. Okay. Das krieg' ich hin. Das schaff' ich. Das kann ich. Hoffe ich. Das kann ich. Oh, du bist tot. Tut mir leid. Oh, du bist tot. Als wenn ich ausfall... Okay, doch, ja. Das kann das hier. Ne, ich mach' jetzt noch die Runde. Dann mach' ich noch mal kurz Päuschen. Äh, für Pipi und A-A. Wow. Und dann spielen wir Two-Point-Hospital. Entschuldigung, ich konnte mich nicht beherrschen. Kriegst du, ähm, hier Schatz, kriegst du eigentlich einen Anruf von der Werkstatt, wenn du das Auto abholen kannst? Die haben gemeint, wir rufen sie am Dienstag an. Okay. Hab' ich gemeint, 15 Uhr? Dann haben die gemeint, wir rufen sie an. Hab' ich gemeint, 15 Uhr. Dann hat die gemeint, ja, okay, wir rufen so um die Uhrzeit an. Hab' ich gemeint, gut. Ja, dann kannst du, wenn die sagen... Ich schnaf nämlich. Ja, solltest du auch, weil wir müssen am Freitag... Wir brauchen das Auto ja übermorgen. Wenn wir's morgen kriegen, ist natürlich nochmal ein Ticken besser. Aber wir brauchen das halt. Nee, 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 nee. Das hat neue fertig zu sind. Mein Fuß läuft. Und die... Zur Not, wenn wir Mittwoch nicht alles schaffen und Donnerstag noch was wegbringen müssen, Mittwoch, äh, Donnerstag haben sie bis Viertel vor sechs auf die ZKE. Wie lange haben die morgen auf? Viertel vor fünf. Ja gut, vielleicht, äh, wenn um... Ich sag mal, du rufst um 15 Uhr an, die sagen, jo, ist fertig, dann... Nix, ich ruf um 15 Uhr an, ich fahr um zwei Uhr hier los. Ich geh' da einfach hin, Jess. Ich hab' ja hier eh nix zu tun. Momentan. Okay. Ich geh' da hin und sag' dann, ja, ist mein Auto fertig, wenn die dann sagen, ne, das dauert noch ein bisschen, dann sag' ich, ja, dann fahr' ich jetzt hier, mach' mal hin. Ja. Richtig so. Weil dann können wir morgen noch was zur ZKE wegbringen. Ich weiß, dass das ein bisschen assi ist, aber... ganz ehrlich. Ja, wieso? Ganz so du, das ist genau so ein Scheiß mit dem ich hier... mit dem ich hier rumhauen muss. Gependelt die Arbeiter hier, die von den Schadenarbeiter? Das heißt, die Witzel... Warten wir letzte Woche einen Tag hast du gesagt zu mir, äh, Elektriker, was ist ein Scheißes? Ey, ey, nix geht Elektriker, nix geht Elektriker. Wir wissen, wie man Strippe ziehen. Wir wissen, wie man hier... Es ist der, äh, Kotlin auch mal, wie sonst was ich bin, wenn ich die Vogel noch... Soll er zusehen, dass er ansonsten... Äh, es ist der Geist. Der mit der Glocke. Der Geist, der mit der Glocke. Ja, der ist gerade hinter mir her. Ja, ne, es ist, äh, der ist hinter mir her. Ja, und ihr seid gar nicht so weit von mir entfernt. Ja, ich versuche ihn ja wegzulocken. Aber wenn du gleich, äh, Hospitals spielst, mach ich glaube ich die, äh, Killer grad. Jo, mach das. Oder soll ich damit warten, damit du zugucken kannst? Du kannst... Ne, ne, mach ruhig. Du könntest ja auch einfach einen Stream anmachen und dann Killer spielen. Die ganze Zeit. Ich kann aber K-Pop auf Stream anmachen. Okay. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Meine Nase juckt. Dann juckt sie weg. Ja, es ist schwierig, wenn du die ganze Zeit Fähigkeiten-Checks kriegst. Weißt du? Ich hole dich sofort. Irgendwer kommt auf mich zu. Okay. Wer war's? Shanks. Ich mountaineck. Du hast meine Nase tr assistiert. Nieee, du kannst du nicht mehr. Du kannst die Nase schützen. Du kannst dir in dem. Du kannst du nicht mehr. Du kannst du nicht mehr. Du kannst du nicht mehr da den Mund. Das ist gut. ja er kommt auf mich zu warum wird immer ich gejagt ja jetzt wird dein Schatz gejagt ja ja das sieht besser klingt nicht zu gut ja 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 ist aber auch mächtig komm her Fifi, komm 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 P.A. Was war die Fähigkeit mit den Engelsflügeln nochmal? Ähm... Weiß ich gerade gar nicht. Jajajaja, ist ja ok, ich bin ja schon weg! Ich geh ja schon! Lalalalalala, wir alle spielen Ringe-Ringe-Reine! Ok, das wird gut. Alter, hat der einen Terror-Radius! Ach guck mal, da ist eine Suki! Suki, hi! Schön, dass du da bist! Wie geht's dir? Hier! Ich will deinen dicken Haken nicht! Warum lässt er mich fallen? Bei mir hat's wieder weh! Moscherie! Ja! Wow! Liebe! Ich krieche so ein bisschen am Boden! Wie geht's dir? Du könntest zu uns rauskriechen! Ja, ich komm jetzt! Oh, Mozartkügelchen! Oh mein Gott, Schatzi! Mein Lebkuchenherz, du! Ich komme rausgekrochen! Ich hab wieder 5 Kilo zugenommen, weil ich in letzter Zeit nur Kralinen fresse! Ihr sitzt da zu zweit, ne? Komm mal zum Haus hier! Ich bin hier! Nur am Verbluten, mehr nicht! Ja! Du musst aber nur ganz kurz heilen! Macht sich grad unsichtbar! Ja, Luca! Meiner! Ja, ist okay! Bei mir voll verräterisch, weil Blutspuren und Gestöhne! Ja, du wieder! Komm! Komm her! 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 Ich komm her! Mann, ich kann nicht auf Kommando kommen! Hat er meinen Tod hinweg gemacht? Hat er! So eine Dreckssache! Und wieder in den Schrank! Ach, diese komische Mama aus Kiel hat schon wieder angerufen! Vor 6 Minuten! Dann scheint es irgendwas wie schlussend zu sein! Ja klar! Verwegen halt gleich hin! Oh Mann! Ey! Geh doch mal woanders hin! Oh! Hi! Ah ne! Da hinten! Mein Totem ist noch da! Da hinten, wo das Totem ist, Schatz! Ja! Da ist ein Generator, der ist fast fertig! Deine Glocke richt mich auf, ne? Ja! Ja! Mich auch! Das ist wie, als wenn Anna in einem Dorf bei der Kirsch vergessen hat, den Motor auszustelle, um die Glocke zu läuten! Ist so, ne? Er ist hier! Ich geh zu dem Generator am Totem wieder! Weil der war fast fertig! Jo! Ähm, der hat die andere grad wieder... Echt? Schon wieder? Und jetzt Falle gelassen! Ja! Ich trinke sofort was, Suki! Äh, ich muss nur kurz die Runde hier überstehen! Ich mache das nicht, weiss, dass du hinter mir bist, ey! Verzieh' dich! Alter, bleib doch einfach in Ruhe liegen, Junge! Ja, klar! Ich mache das... Ich mache den Scheiß-Wollen noch weiter, ey! Ich kann mir anders ausgehen, aber nicht an mir! Ach ver... Oh, Alter! ich suche mir den nächsten gen oder warte ich gehe mal ganz kurz in den schrank so ist okay jetzt trinke ich auf dich prost jetzt suchen wir uns weiterhin schön oder ich gehe die ausgangstür aufmachen wo seid denn ihren am anderen ausgang du kannst auch rauskommen wir stehen am ausgang weil der andere ist schon raus ja sind dann anscheinend beide ausgänge auf ist er bei euch oder was keine ahnung wo der ist jetzt kommt er er steht bei uns am ausgang er dreht sich im kreis geh zum anderen ausgang schenks bin ich schon auf dem weg denn okay rauskommt er ist raus wo ist der andere ausgang ich habe ihn nicht gefunden da weißt du denn ich habe sonst was drin gehabt dass ich die luke innerhalb von sein dass ich mich denn gefunden hätte das habe ich mir extra ihn mit reingenommen ich lade er zum ich lade er zum Vielen Dank.